so hallo und herzlich willkommen zu der space 3 ich habe gerade pausiert aber es geht auch schon gleich weiter hier so gucken hier ist auf jeden fall ein rätsel soll man das schon lösen oder ja ich glaube schon mehr energie machen ok ja jetzt haben wir die temperatur ok die zahle da müssen wir gleich mitnehmen ich werde jemand an überschau werfen einfach mal alle ersatzräder hier rüber so jawoll ok und die roboter setzt sich jetzt da aus oh mein gott das war das war das das leichte kratzen common room acht gemeinsam raum ok da habe ich die räder hin ich habe sie mir nicht an kopf geschmissen fortschritt gespeichert sondern hier raus ist ja ein größer schleusentor hier weil hier müssten wir uns noch mal umgucken schon allein weil hier noch irgendwas liegen könnte was wichtig ist wo es ist und die formen nach krist gott es ist schon viel angenehmer wieder ja die fräsen sich hier durch den boden wir kommen raus mit kleinen laden da kommt der nächste das ist schon mal umgucken wo war denn wo war denn diese steinstelle hier es hat blöd dass ich hier absolut gute karte habe ich nicht wirklich es hat da keiner mehr rein hier ist die aloha station mit einer freundlichen erinnerung des hq da war das so ein markt gehen so gut ich weiß auch nicht ob wir hier im kreis rumlaufen die ganze zeit aber irgendwo war doch da diese formation diese stein dinger war hier glaube ich die körperplatten eines ressourcen sammlers anzufassen wird als unhöflich ja ja bla 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 so mal gucken den nächsten körper in einer aussetzen da lang ich setze ihn hier mal sicherheitshinweis ab diesem punkt wird ein schneider zu benötigt ach ja wenn man keinen möchte also wir kommen hier nicht weiter ohne anzug das ist mal gut zu wissen anscheinend tut das ding einen scannen ob man ihn an hat was irgendwie ein bisschen eigenart ich finde aber naja muss ja jeder selber wissen aber ein anzug anziehen dann nicht immer fleißig sammeln mit dem bot zwei monen das ding ist ja auch wieder auf das anzug auf geht man so aber ich glaube er ist wirklich tot ohhhh das ding ist rattert irgendwie so dann da einsetzen ein rad reicht okay oder wie jetzt in bearbeitung so ja wenn es weiter nichts ist dann war ich so eine einfache reparatur hier spricht private sam eckermann 41 des interviewings hab ihnen gesagt sie dürfen die infizierten nicht essen sie fingen an sich zu verändern wurden lichterzendlich meine tasche lampe allein reichte damit sie durchtreten ich hab den aufzug deaktiviert um sie dort unten einzusperren möge gott ihrer seelen gnädig sein aha ja einfach mal eine info machen und das sagen wenn einer nach unten fährt oder wie das hätte man schon vorher sagen können bevor man nach unten fährt äh exklusiv wirklich ich hoffe mal nicht so was ist denn das hier ach das sind ja Lampen äh da kommen wir nicht durch das aber eine kiste was da hinten pumpe irgendwas pumpenraum das ist echt interessant mit diesen äh mit diesen reflektoren hier wärme reflektoren oh oh was ist das was war denn das das war mehr wie so ein affe irgendwie kompakter stand da drauf ja toll für die waffen bastler wenn hier das gern macht dann kann es ja machen ich wie gesagt mach es nicht aber ich hinterhol mich dann wieder mir reicht wirklich das wenn es vorgegeben gibt was war das ich brauchte wirklich nicht hier zu basteln die waffen wollte ich nur sagen ich glaube nicht ja wenn man infiziert ist dann wird man natürlich auch infiziert wahrscheinlich nicht das haben sie gemacht und das ist absolut blöd na ja sie wollten überleben aber fast wird gespeichert wird aber oft gespeichert na gut eigentlich ganz gut aber wie gesagt der speicheroption hier bei dem spiel jetzt wird die ist auch wieder blöd man könnte die wirklich so machen dass man sprechen könnte wann man möchte da geht ein kühlschrank oder was immer auf was ist denn hier passiert das ist ja total alles blutig moment tut mir leid ich muss extra nicht und das ist das skelett finde ich ja hier auch ab lasst mich in ruhe noch jemand war ja gar nicht so schlimm sonst geht es an uns einsammeln unterstand war weihnachten ja es ist weihnachten superwart war eine bank ok ja ich weiß jetzt nicht ob da wirklich mehr bringt wenn man denn an solchen wopper punkten hier hinsetzt da würde ich automatisch geheilt weiß zwar warum das manchmal selber heilt aber ja warum leuchtet er ist nicht so grell also ja man kann wirklich sagen dass man wenigstens was sieht wenn man da den schrank auch mal so sind das hier für blinken quellen hier noch ok hier will aber hier weiter ja ja noch einer was an der ball was haben wir hier eine nachricht persönliches lockt ich glaube ich kann sie austrick wenn wenn ich kleine sachen werfe gehen sie den geräuschen man kann die ball ist muss wurde hier breit wo sich die anderen was recht geändert haben in der fähre vorsichtig ja kommt ja nicht durch ich habe gedacht nach hallo wiedersehen wenn ich wollte ja recht gut gemacht jetzt so langsam mal ja jetzt möchte ich da hier weihnachten haben ich habe ja noch ein sägeblatt wie gesagt ich finde ich genial habe ich gelernt und am anfang immer hast du gedacht naja weil man kann das halt so schön vor sich halten die feinde alle zusammen mitseln aber jetzt ist mal gut ja nein die musik hindert euch schon an das ist ja der witz eigentlich an der ganzen sache nicht haben wir es jetzt mal langsam da ist noch einer aber kommt jetzt endlos hier jetzt bin ich voll okay medipex medipex mal nachladen hier ja eigentlich hätte ich lieber gern die großen pegs ansatzung und das starse ding brauche ich auch nicht unbedingt entfernen das kleine entfernen so die navigation ist immer noch ein bisschen komisch bei mir so munitionsglück ach habe ich jetzt ach habe ich jetzt ach habe ich jetzt das kleine eingesammelt hat mir stellen mich nochmal hierhin so zack entfernen halt und ja hier tabellator fast immer drücken das ist so das große wie ich haben jawoll das interessiert mich nicht so so okay jetzt dürfte ihr aber eigentlich mal leer sein was sind da noch anderen straße zum art gehen für die maschine für die spielmaschine meine eine upgrade platine liegt ja am boden ach inventar ist voll das geht auch ins investor äh ach komm dann schmeiß ich jetzt mal einen einen clip hier weg der ist eh nur einer so was haben wir jetzt schaden minus ein clip jawoll das brauch ich eigentlich nicht so ich finde das immer blöd wenn das malus hat dann zweimal gut und einmal malus sozusagen so ok gemütlich würde ich mal sagen haben es noch nicht unbedingt das noch betten da gibt es den pumpen raum ja da wappelt es wieder aber ich habe momentan ich glaube ich gehe wieder das gefällt mir nicht es gab artefakt so auszug aus dem scar verlegt und näher sandbuch temperaturen unter null überleben wenn sie das gelände verlassen müssen sie einen arktischen überlegungsanzug tragen egal wie lange sie sich draußen aufhalten dies ist ein befehl es werden keine ausnahmen geduldet benutzen sie keine anzüge mit sichtbaren gebrauchsspüren wie abgenutzten nähten rissen oder losen helft dichtungen bringen sie diese anzüge direkt zur materialausgabe ein loch so klein es auch sein mag reicht schon um die kälte rein zu lassen was in weniger als eine minute zum tod führt der einsatz von katheter und darmsystem ist pflicht sollen sie sich eine längere zeit draußen aufhalten müssen können sie körperflüssigkeiten die isolierung des anzugs beeinträchtigen katheter und darmsysteme werden nach jeder benutzung sterilisiert und sind absolut sicher halten sie die dichtung ihres anzugs jederzeit eisfreien befreien sie ihre stiefel nicht durch aufstampfen von schnee da die vibration die katheter und darmsystem beschädigen ok ja gut naja es muss dann auch irgendwo hin falls man dann doch mal muss ich meine so anheilen finde ich das jetzt nicht so lange das erhebt ist mir recht da haben sie auch eine schiene reingesteckt ok so fortschritt wird gespeichert wieder ein riesenraum oder unten ist auch ein rätsel ok da kriegt man bestimmt gleich besuch also dass darauf kann ich nur wetten ach das ist ein komisches ding hier steht hier platine verstellt keine energie ach die platine ist also sollte gucken was wie zusammenpasst und so drehen ein bisschen hier das kann man auch umdrehen und das aufpassen und da haben wir eigentlich so ein ding passt es dann ja platin ausgerichtet bereit warum ist das beiztran an dem ding warum toll ich habe gedacht wie ich erwischt das soll eine pumpe sein ok aber ich weiß immer warum das stachel dran sind so das tun wir mal hier von langsam man weiß ja nie so eine station station hat da hinten muss ich lang ah ok so stopp jawohl warum muss man überhaupt die pumpe einschalten rosi soll es sein oder was aha da sieht man ja schon eher wie eine pumpe aus jenny aha die haben alle hier einen namen die muss ich auch starten so ok das wird komplizierter hier wir probieren es mal so vielleicht so vielleicht so was haben wir jetzt hier da haben wir wieder so einen streifen so und dann brauchen wir noch so einen komischen nee das passt nicht dann drehen wir noch so etwa zwei von denen äh und das passt aber auch nicht äh warte mal wir haben ja wieder zwei so so platin ausgerichtet start so so jenny läuft auch so wie viel 80 kommt er jetzt hier Na komm mal her, ich hab die Sege für euch. So, war's das jetzt mit euch? Nein, wir könnten es sicherlich auch so machen, dass man dann, wenn die Viecher kommen, abhaut in die Stamper da. Aber das ist mir viel zu gefährlich. Jetzt weiß ich nicht, wo lang ich muss. Okay, ich glaube, ich weiß es schon. So, ganz schnell. Hier weiter, jawoll. Und das muss ich dann nachher da wieder zurück, ne? Ganz wahrscheinlich. Okay. Gut, da würde ich mal sagen, hier mache ich wieder mal einen Cut hier. Ich mache jetzt die Pause rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal euer Legolas. Tschüss. Tschüss. Tschüss.